Wie Bämme noch bei Estreich war, vor 50 Jahren, vor 50 Jahren, hat sich mein Vater kalt ausbringt, a echte Wienerin. Und keiner hat gemacht wie sie, die Skubanky. Er hat ihr wieder beigebracht, wie man a Weinfleisch macht. A bisserl Wien, a bisserl Brin, da liegt der gute Mischung drin, entstanden zum Schluss dann eh aus diesem Potpourri. Wie Bämme noch bei Estreich war, vor 50 Jahren, noch vor 50 Jahren, hat sich mein Vater kalt ausbringt, a echte Wienerin. Wenn Böhmen und auch Meeren nicht mehr zu uns gehören, so denken trotzdem viele Leute noch an die Zeit. Wien auch ganz leid um Mischl beim Zaun war in Ischl und halbet Wien im Prag beim Katholikentag. Und jetzt mit Schimpan, Kappelmeister, vor 50 Jahren, zweite Stimme. Wie Bämme noch bei Estreich war, vor 50 Jahren, hat sich mein Vater, kalt ausbringt, a echte Wienerin. Wie Bämme noch bei Estreich war, vor 50 Jahren, vor 50 Jahren, hat sich mein Vater kalt ausbringt, a echte Wienerin. Wie Bämme noch bei Estreich war, vor 50 Jahren, eine große Herausforderung der Erleichter, die hier in der Khu olsun war. und jetzt mit Schimpan. Wie Bämme noch bei Estreich war, und jetzt mit Schimpan. Wie Bämme noch bei Estreich war, und jetzt mit Schimpan. Das war es für immer noch mal. Vielen Dank.